hallo meine liebe freunde von anfang meine video sie sehen immer muster ich zeige welche muster ich habe gestrickt also jetzt wir strecken zusammen diese muster meine abonnentin die hat bei instagram gesehen eine pullover ich kann nicht sagen wie das heißt diese pullover die hat mir geschickt eine foto und sagte ob ich kann zeigen diese pullover 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 hat jemand gestrickt und auch verkauft auf welche seite ja verkauft diese anleitung und sie sagte dass es nur in englisch und keine deutsch ok im fakt ich habe geschaut muster und ich kann zeigen muster und dann sie entscheiden ob sie wollen überhaupt solche pullover mit solch muster dass ich zeige dass ich regne ich weiß nicht weil diese pullover ist mit rundpassig gestrickt so wie brauchen für unsere muster wir brauchen fünf maschen ja fünf maschen das ist teilbar mit fünf maschen plus zwei maschen ich stricke hin und her drum ich brauche zwei maschen für symmetrie und ich würde strecken zwei rapport dass es zehn marschen plus zwei maschen sie mit 12 maschen und plus zwei maschen rand masche 14 maschen zum anschlagen ganz normal 14 maschen anschlagen ja ganz normal 2345 erste unsere reihe natürlich wir sind auf linke seite ja wir stricken einfach alle maschen linke maschen ich würde stricken alle maschen und das ist kein reihe für rapport einfach reihe weil wir sind auf linke seite ja und ich will auf rechte seite zeigen muss erste vier reihe diese vier reihe wie stricken nur ein mal das ist vorbereitung bevor wir stricken unsere muster wir stricken diese vier reihe einmal okay dass sie wissen so rand maschen zwei linke drei rechte das ist unsere rapport fünf maschen zwei linke drei rechte zweite reihe zweite reihe zweite reihe auch vorbereitung ja zweite dritte vierte reihe das ist vorbereitung und wir stricken alle maschen so wie wir sie ok rand masche zwei rechte drei linke das ist zweite reihe drei reihe das ist drei rechte vierte reihe randmasche zwei rechte drei linke jetzt kommt unsere muster vorbereitung wir haben gemacht vier reihe wir haben gestrickt und jetzt erste reihe von muster randmasche zwei linke schau mal bei wir haben drei rechte maschen wir gehen bei zweiter rechte masche runter vier reihe 1 2 3 4 und sehen eine masche ganz lange masche so okay und dann stricken drei rechte maschen jetzt wieder wie gehen runter im gleiche im gleiche kleine loch ja wo wir haben schon gezogen diese große lange masche immer wieder runter und sie noch mal eine masche fertig ja dann nächste rapport wieder zwei linke ich zeige noch mal dass sie verstehen besser wieder bei zweiter rechte masche gehen wir 1 2 3 4 runterziehen eine lange masche lassen sie und stricken weiter drei rechte maschen wie das ist bei uns gehen wir wieder in gleiche stelle wo wir haben schon gezogen eine masche gehen wir wieder und sie noch mal eine masche und stricken weiter nächster rapport zweite reihe randmasche zwei rechte schauen sie diese masche welche wir haben gezogen ja wir stricken sie wir lassen wir lassen wir lassen faden vorlegen zu bevor unsere maschen ja so wie bei linke masche zum beispiel wir stricken holen diese masche ausziehen und lassen so dann stricken drei linke maschen und wieder masche welche wir haben gezogen wieder wie ausziehen ohne stricken und faden vorlegen bevor masche dann nächster rapport zwei rechte masche welche wir haben gezogen anziehen an rechter seite ohne stricken stricken drei linke masche ausziehen zwei richter richter am ende ist meine maschen welche ich habe gesagt dass es für unsere symmetrie so jetzt dritte reihe randmasche zwei linke und jetzt diese masche welche wir haben rausgezogen wir stricken mit einer rechten masche zusammen als rechte masche dann noch eine rechte masche wir stricken und jetzt masche welche wir haben auch rausgezogen wir müssen stricken zusammen mit dritte unsere rechte masche schauen sie so sehen sie wieder ich zeige zwei linke schauen sie das richtig liegen diese maschen wir stricken hinten so zusammen masche welche wir haben gezogen und rechte masche zusammen mit einer rechte masche eine rechte masche stricken und jetzt wir wollen dass diese masche liegt richtig ja mit dritte rechte masche dann wir stricken von hier von oben ja wenn wir sind welche sind mehr nah zu uns so zwei linke noch mal masche welche wir haben gezogen und rechte masche zusammen einfach zusammen gestrickt liegt richtig eine rechte und dann diese masche wir müssen vor obere obere so so welche wände welche sind mehr nah zu uns ja wir stricken von dieser seite zusammen auch zwei rechte maschen und zwei linke maschen für symmetrie was ich habe gestrickt so und und jetzt vierte reihe wir stricken alle maschen so wie wir sehen ja randmasche zwei rechte drei linke schauen sie wieder schaut aus schön ja meine liebe wann sie wollen jetzt nur ihrer post stricken ich zeige kurz dass sie verstehen auch wohin sie müssen dass sie ziehen wieder neue maschen zu randmasche zwei linke und jetzt wir müssen sie in unsere masche schauen sie wieder mittlere masche schauen wir ein zwei drei vierte reihe ziehen unsere masche und dann stricken wir nächste ein zwei drei richter ja und wieder wir müssen ziehen von gleich gleich platz noch eine lange masche so ok dass man sieht sehr gut wo ist diese platz mittlere masche und sie sehen 1 2 3 4 4 reihe runter raus gezogen 3 richter wieder sehen von gleiche platz noch eine masche und stricken wir weiter ich habe bis ende gestrickt rapport schauen sie wieder schaut aus und ich habe extra noch gestrickt von andere wohle auch diese gleiche muster dass sie sehen wie das schaut von mehr dünne wohle diese muster so meine liebe ich wünsche euch alles gute es gibt keine strickschrift für diese muster dass ich habe selber für euch gestrickt ohne strickschrift ich wünsche euch alles gute bleiben sie bitte gesund und wir sehen uns bald wieder ich hoffe für eure daumen hoch vielleicht paar wörter auch dazu